Obwohl eine qualitativ hochwertige CPR nachweislich die Überlebenschancen steigert, kann sie nur etwa 25-40% des normalen Blutflusses für Herz und Gehirn bereitstellen. Selbst wenn eine qualitativ hochwertige CPR durchgeführt wird, kann bei der Entlastung des Brustkorbs Luft angesaugt werden, was den für die Füllung des Herzens erforderlichen Unterdruck schwächt. Während der CPR sind zwei Mechanismen an der Weiterbeförderung des Blutes beteiligt, der Herzpumpenmechanismus und der Thoraxpumpenmechanismus. Beim Herzpumpenmechanismus wird das Blut durch direkte Kompression des Herzens zwischen Brustbein und Wirbelsäule herausgedrückt. Noch wichtiger ist, dass der Brustkorb auch zur Thoraxpumpe wird. Thoraxkompressionen erzeugen einen Überdruck, der das Blut aus dem Herzen und die Luft aus der Lunge drückt. Kompressionen verursachen auch einen leichten Anstieg des intrakraniellen Drucks, ICP, was die zerebrale Perfusion senkt. Anschließend wird der Brustkorb während der Dekompressionsphase entlastet und federt passiv zurück, wodurch ein leichter intrathorakaler Unterdruck entsteht. Der Unterdruck saugt etwas Blut wieder zurück in das Herz, saugt etwas Luft in die Lunge und füllt die Koronararterien. Während der Dekompression geht auch der ICP leicht zurück. Thoraxkompressionen erzeugen abwechselnd Über- und Unterdruck, die zur Blutzirkulation beitragen. Je mehr Blut zum Herzen zurückgeführt werden kann, die sogenannte Vorlast, umso mehr Blut kann bei der anschließenden Kompression weiter befördert werden. Die optimale Vorlast ist entscheidend für die maximale Wirksamkeit der CPR. CPR alleine kann die zirkulierende Blutmenge nicht maximieren, damit dem Einsetzen der Thoraxentlastung Luft durch die offenen Atemwege einströmt und den Unterdruck egalisiert, der für die Füllung des Herzens erforderlich ist. Sobald der Unterdruck verschwunden ist, füllt sich das Herz nicht weiter. Diese verringerte Vorlast führt zu einem kleineren Schlagvolumen bei der nachfolgenden Kompression. Studien haben auch belegt, dass Helfer häufig Fehler bei der CPR machen, die ihre Wirksamkeit beeinträchtigen. Wenn zum Beispiel zu häufig oder mit einem zu hohen Atemzugvolumen beatmet wird, erzeugt dies einen zu hohen intrathorakalen Überdruck, der den Rückfluss von Blut ins Herz limitiert und den ICP anhebt. Zu langsame Kompressionen können nicht genügend Druck im Kreislauf aufbauen. Zu schnelle Kompressionen limitieren die Vorlast, da das Herz nicht genügend Zeit hat, um sich wieder mit Blut zu füllen. Und zuletzt führt eine unvollständige Entlastung des Brustkorbels zu einem verringerten Rückfluss von Blut ins Herz. Mit herkömmlicher CPR erzielen wir nur etwa 25-40% des normalen Blutflusses. Daher kommt es darauf an, alles richtig zu machen. Unterbrechungen minimieren, korrekte Thoraxkompressionen mit einer Frequenz von 100-120 km pro Minute und einer Tiefe von mindestens 5 cm verabreichen und den Brustkorb vollständig entlasten. Korrekte Beatmung mit einer Frequenz von weniger als 12 pro Minute, einer Dauer von einer Sekunde und einem Atemzugvolumen nur bis zum sichtbaren Anheben des Brustkorbes verabreichen. Die Reanimationsplattform von Zoll ist auf die Unterstützung der qualitativ hochwertigen CPR mit hoher Perfusion ausgelegt. Zoll Medical Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.zoll.com Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.zoll.com